Und wenn ich weiß, was ich gerne mache, wo kann ich denn herausfinden, was für ein Studium dazu passt? Jetzt kannst du beginnen, auf der Studienplattform der österreichischen Hochschülerinnenschaft nach Studienrichtungen zu suchen, in denen dieses Grundwissen und diese Fertigkeiten vorkommen. Dort findest du auch alle Informationen zu diesem Studium und zu Aufnahmeverfahren oder Aufnahmetests dazu, genauso wie irgendwelche weiterführenden Informationen oder Unterstützungsangebote für Studierende mit Kind oder ein barrierefreies Studium. Normalerweise beginnst du deine universitäre Karriere mit einem dreijährigen Bachelorstudium, auf das ein zweijähriges Masterstudium folgt. Das Bachelorstudium vermittelt dir ein Grundwissen, das Masterstudium bietet dir danach die Möglichkeit, dich in unterschiedlichen Richtungen zu spezialisieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017